So, damit ganz herzlich willkommen zu der Gewinnspiel-Auslosung von dem Geburtstag-Gif-Away. So, wir haben hier die 15 Teilnehmer und wer es noch nicht mitbekommen hat, der wird es nun jetzt erfahren. Die Leute, die über Facebook gejoint sind, wissen bereits Bescheid, was es zu gewinnen gibt. Ich erzähle es euch einfach ganz kurz und zwar folgendes. Wir haben für den zweiten Platz eine kleine Neuerung und zwar möchte ich gerne einen Merch-Shop zusammen mit einem Blog erstellen. Das Ganze wird die nächsten Monate folgen und als Probeversuch bekommt dieser zweite Platz ein Hoodie mit dem Logo von Gaming Potatoes und zwar dem neu erschienenen. Und Platz 1 bekommt eine SSD 120 GB geschenkt bekommen. Kommen wir zur Verlosung und zwar sehen wir hier aufgelistet die 15 Teilnehmer und das Ganze werden wir mit random.org verlosen. Dazu geben wir hier ein 1 bis 15 und ich verlose nun den zweiten Platz. Das ist einmal der Hoodie mit dem Gaming Potatoes Logo. Das Ganze geht an die 1. Herzlichen Glückwunsch, Wizard, für den Hoodie. So, kommen wir nun zum ersten Platz. Und das ist ja wie gesagt die SSD 120 GB. Dafür gehen wir wieder auf random.org. Und gewonnen hat die 6. Herzlichen Glückwunsch, Daniel Wins. Ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben und ich wünsche ganz viel Spaß den beiden, die gewonnen haben. Von euch beiden bräuchte ich dann noch die Adresse, damit ich das Geschenk euch zuschicken kann. Wie gesagt, bei Wizard, da reicht mir eine WhatsApp und bei Daniel privat YouTube oder sonst irgendwas Facebook, Twitch. Ich habe keine Ahnung. Eine Nachricht bitte an mich mit deinen Daten. Ich bedanke mich, wie gesagt, bei allen, die mitgemacht haben. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Macht's gut, bis dahin. Ciao.